Eine der offensichtlichen kritischen Infrastrukturen, die wir haben, ist Stromerzeugung. Wenn wir keinen Strom haben, wenn wir keine Energie haben, dann sind wir ziemlich am Hintern. Unser nächster Sprecher erzeugt sich die Kontrollsysteme dieser Stromturbinen genauer an und deren Probleme. Das heißt bitte, heißt Reptap, Modorek und Kurs ganz herzlich willkommen. Guten Morgen Kongress. Danke, dass ihr so früh aufwacht am Morgen für uns. Wir sprechen heute über die Sicherheit von Stromkraftwerken, und zwar genauer gesagt über Automatisierungssystemen in diesen Stromkraftwerken. Und dann könnt ihr ja denken, ah, das ist ein weiterer Talk über wie unsicher diese ganzen Industriestandards sind und so weiter. Und ja, das ist es eigentlich auch. Und jahrelang haben wir mit meinen Kollegen über diese Sicherheit in der Industrie gesprochen. Und wir sehen, dass Sachen besser werden, aber das Tempo ist etwas anders als in der privaten Wirtschaft. Und wir werden heute darüber sprechen, wie diese Stromkraftwerke gebaut werden, was ihre Eigenschaften sind und so weiter. Und zuerst, wir sollen uns mal vorstellen. Wir sind eine Sicherheitsconsultantfirma und wir haben viele industrielle Dinge, Skaters, DCSs und so weiter kontrolliert. Wir haben das also sehr lange gemacht, dass wir eine riesige Karte an Kontakten haben. Und wir machen das nicht nur für Kraftwerke und so weiter, sondern wir sprechen auch mit anderen Einheiten und versuchen, Sicherheitslücken zu schließen. Wir arbeiten mit Kaspersky und betreiben dort Forschung, und zwar nicht nur von mir, sondern auch von Evgenia und Sergei. Was man definitiv feststellen ist, ist, dass alles, was wir hier diskutieren, ist, dass es die entsprechenden Hersteller darüber bereits informiert worden sind, und zwar vor langer Zeit. Man sieht, dass die Hersteller hier, aber man sieht verschiedene Hersteller hier, aber eigentlich sprechen wir hier über einen Hersteller, nämlich Siemens. Und wir wollen aber, dass ihr versteht, dass es ähnliche Sicherheitslücken auch bei anderen Herstellern von industriellen Lösungen gibt. Und einige der Findings brauchen jetzt nicht gerade Wochen von Arbeit, um sie herauszufinden, und das gilt auch für alle anderen Hersteller, die nicht hier bemerkt werden. Und wenn wir jetzt mal die Witze beiseite schieben, dann wir zeigen die Sicherheitslücken von echten Kraftwerken, die da draußen sind. Und das könnte jetzt aussehen, als wäre das sehr unverantwortlich, aber tatsächlich ist es genau andersrum. Um diese Art von Forschung zu betreiben mit diesen Systemen und diesen Kraftwerken, muss man Zugriff auf diese Kraftwerke haben, man braucht Zeit, diese Forschung zu betreiben, man muss das Wissen haben, um diese Forschung zu betreiben. Und all diese Ressourcen sind sehr begrenzt für Leute wie uns und für die Betreiber dieser Kraftwerke. Aber für die Bösen, also die möglichen Angreifer, das ist ja deren Job. Das heißt, die haben sehr viel Anreiz zu forschen und deswegen glauben wir, dass die Bösen das eigentlich schon wissen. Und wir wollen diese Information nur weiter verbreiten, sodass die auch die Guten das wissen und dagegen ankämpfen können. Okay, schauen wir uns mal den Talk selbst an. Kraftwerke. Kraftwerke ist die normale Art und Weise, wie Menschen ihre Elektrizität bekommen. Sie sind überall um uns, denn die nächste an Leipzig ist, soweit ich weiß, das Lippendorfer Kraftwerk. Und als wir dann das geforscht hatten für diese Einführung, haben wir festgestellt, dass es ganz schön viele Infos über diese Kraftwerke gibt. Zum Beispiel auf Google Maps gibt es ein Bild, aber das ist noch nicht alles. Sondern du siehst auch auf den Marketingmaterialien von den Herstellern, siehst du auch Schemata und wenn die Hersteller diese Kraftwerke verkaufen, dann starten sie natürlich mit dem Bauen der Gebäude. Und auf den Webseiten von diesen Herstellern findet man teilweise dann genaue Lagepläne, wo welche Ausrüstung gelagert wird und wo welche Tools sind. Aber wenn man diese Zugriffe nicht hat, dann kann man das einfach googeln und dann weiß man, welche Systeme für Automatisierung benutzt werden. Also in Lippendorf zum Beispiel ist es ein Siemens SPPA-T2000 und SPPA-P3000 und die haben ein anderes Siemens-System innen drin, das ist SPA-T15, glaube ich. Und das ist ziemlich verwirrend und wir sind auch verwirrt, aber das ist genau das System, auf das wir uns konzentrieren werden heute. Das Siemens SPPA-T2000 und es könnte auch jedes andere Automatisierungssystem sein, aber wir haben nur zufällig dieses System öfter gesehen als andere. Man kann auf der ganzen Welt auf dieser Karte sehen, welche Kraftwerke auf der Welt existieren, dank der Carbon-Überwachungsfirmen und Communities. Also das sind nicht nur Kraftwerke, sondern auch Wind- und Wellenkraftwerke und so weiter. Die sind in verschiedenen Farben hier markiert. Zum Beispiel gibt es hier Kohle und Gas. Das Thema ist richtig riesig. Aber worauf wir uns heute konzentrieren werden in diesem Talk ist vor allem die Kraftwerke, die mit Kohle und Gas arbeiten. Das ist wichtig zu sagen. Das Herz hier des Kraftwerks ist eine Turbine. Wir haben kein Bild einer Turbine hier auf den Folien, aber du hast es schon mal auf einem Flugzeug gesehen und ähnlich sieht es aus, auch von der Größe und wie sie funktionieren in Kraftwerken. Auf den Webseiten der verschiedenen Herstellern kann man viele Informationen über diese Turbinen finden und wo sie eingesetzt werden. Zum Beispiel ist das die Karte der Turbinen von Siemens. Nicht alle Turbinen werden in Kraftwerken benutzt. Es gibt auch verschiedene andere Einsatzbereiche, zum Beispiel chemische oder Gasverarbeitung. Aber wenn man diese Informationen mit den Informationen von der vorigen Folie mit verbindet, dann weiß man ziemlich genau, welches Kraftwerk, welches Turbine benutzt wird. Und man kann dann sogar herausfinden, welche Versionen von diesen Systemen hier benutzt werden. Das ist wichtig, weil wegen der Verwundbarkeiten, die wir heute besprechen werden. Bevor wir also jetzt anfangen, darüber zu sprechen, was ist die Automatisierung, sollten wir darüber sprechen, wie funktioniert ein Kraftwerk. Also wir werden natürlich einige Sachen sehr vereinfachen, um das für die Zuschauerschaft besser verarbeitbar zu machen. Und auch, weil wir selber nicht alles perfekt verstehen. Aber das Erste, was man braucht, ist Treibstoff, also Öl oder Kohle oder Gas. Und diesen Treibstoff, den tust du in eine Verbrennungskammer, wo der Treibstoff verbrannt wird. Und das generiert viel Druck. Und der Druck geht in die Turbine. Und durch den Druck rotiert die Turbine. Und die hat einen Schaft, der einen Elektrizitätsgenerator antreibt, der Elektrizität generiert offensichtlicherweise und den in das Stromnetz einspeist. Und von jetzt müssen wir verstehen, dass wenn wir Elektrizität generieren, dann generieren wir nicht nur den Strom für dieses Kongresszentrum oder diese Stadt, sondern wir tun das ins Stromnetz einspeisen, wo andere Leute dann dieses verkaufen. Es gibt auch eine sehr interessante Sache, wenn wir Druck in der Verbrennungskammer, dann ist natürlich ganz viel Hitze da und wir müssen damit klarkommen. Und eine Möglichkeit ist es, das sicher in die Luft zu blasen über Kondenstürme. Oder eine andere Option ist, wir können die Hitze nehmen und Wasser zum Beispiel erwärmen. Das Wasser wird zum Wasserdampf und der Wasserdampf treibt eine Dampfturbine an, um weiter Strom zu erzeugen. Das ist natürlich eine Optimierung in gewisser Weise. Was ist jetzt hier die Automatisierung in diesem Prozess? Die Automatisierungssysteme in Kraftwerken sind in der Regel verteilte Kontrollsysteme oder DCSs. Alles, was ich gerade gesagt habe oder beschrieben habe, ist irgendwie automatisiert mittels dieser Systeme. Die Hersteller solcher Lösungen wollen das natürlich vereinfachen für die Betreiber, weil sie nicht 100 Leute in einem Kraftwerk arbeiten lassen wollen, sondern vielleicht nur ein Dutzend. Und die wollen den ganzen Prozess vereinfachen. Ihnen ist egal, wo das Gas oder die Kohle herkommt oder wie viel sie davon brauchen. Sie sollten einfach nur den Prozess stoppen und starten können. Und sie sollen eine Sache kontrollieren können, nämlich wie viel Energie ins Energienetz eingespeist werden soll, wie viele Megawatt wir einspeisen wollen und produzieren wollen. Das beschreibt die Komplexität, die hinter diesen Lösungen versteckt wird. Das sind natürlich viele kleine Dinge, die wir noch ein bisschen später diskutieren werden, die darin passieren. DCSs werden nicht nur bei Kraftwerken benutzt, die werden auch in anderen Orten verwendet. Dieselbe Lösung, dieselbe Software und Hardware. DCS ist nicht nur eine Software, die du installierst. Es ist ein Satz von Hardware und Software. Input-Output-Modelle, Sensoren und so weiter. Die haben quasi einen eigenen Bereich für Kraftwerke. Das ist also eine komplexe Sache. Es gibt viele Hersteller, die sich damit beschäftigen. Wie ich gesagt habe, wir werden in diesem Vortrag hauptsächlich auf das Siemens eingehen. Eine kleine Beschreibung, wie wir die Sachen vereinfachen für die Betreiber dieser DCS-Software. Wenn wir zum Beispiel die Frage beantworten wollen, wie würden wir regulieren, was wir an Megawatt ausspuchen in unserem Kraftwerk. Wir müssen eigentlich drei Sachen kontrollieren. Wir machen natürlich hier vieles zu einfach. Man würde also, für ein Beispiel einer Gas-Turbine, wir würden regulieren, wie viel Gas wir in die Verbrennungskammer einspeisen. Wir würden die Flammentemperatur kontrollieren wollen. Und wir wollen das kontrollieren, was Luft in die Turbine bringt. Das sind im Wesentlichen drei Sachen, die wir mit unserem System kontrollieren wollen. Und 100 Megawatt auf 150 Megawatt erinnern wollen. Das System selbst, das wir angucken werden, das heißt Siemens SPPA T3000. Und nochmal, alle anderen DCS-Systeme von anderen Herstellern sind ähnlich. Das ist ein typisches industrielles System. Es hat all die ganzen typischen Sachen, OPC-Verkehr, Server, demilitarisierte Zonen. Das Einzige, was anders ist für das Siemens SPPA T3000, sie haben zwei Hauptkomponenten, den Application Server und den Automation Server. Die Software, die auf diesen Servern läuft, ist nicht, was du in anderen Installationen finden wirst. Abgesehen von diesem Fakt, oder trotz diesem Fakt, wenn du die Handbücher von Siemens-Systemen liest, dann wirst du verschiedene Netzwerke und Strukturen beschrieben sehen, dass es zum Beispiel keine Verbindungen gibt zwischen dem Application Network und dem externen Netzwerk. In der Realität wirst du natürlich Sensornetzwerke finden, die zum Beispiel Vibrationen von Objekten monitoren oder Geräusche in der Turbine. Alles in allem, die Betreiber solcher Kraftwerke haben nicht Ingenieure, die an der Seite stehen und das warten, sondern das wollen sie von Remote machen. Sie wollen Updates machen, sie würden OPC-Verkehr da drauf schieben wollen, zum Beispiel auch zu ihrem eigenen Firmennetzwerk oder natürlich zu Regulatoren, weil der ganze Markt gemonitort wird, wie viel Energie du produzierst und wie viel du produzieren sollst, wird von Regulatoren beobachtet, damit du deinen Strom verkaufen kannst auf dem Energiemarkt. Also das wird unsere Struktur sein. Wir werden erst mal über Automation Server netzen, erst über die Anwendungsserver und dann über Automatisierungsserver sprechen. Okay, fangen wir an mit dem Prozess, mit einem kontrollierten Verwundbarkeitsveröffentlichungsprozess. Wir haben ungefähr von einem Jahr die Hersteller kontaktiert. Am Anfang Dezember hat Siemens einen Ratschlag veröffentlicht. Es waren nicht nur die Sachen von uns drin, da waren auch noch andere Leute, die dazu beigetragen haben. Dieses Jahr im Dezember bedeutet nicht, dass Siemens das jetzt direkt veröffentlicht hat. Dieses System wird exklusiv unterstützt. Also wir haben Siemens über ein paar Sicherheitsverwundbarkeiten informiert und sie haben ein Budget gemacht. Sie haben geschaut, welche kritische Infrastruktur sie damit betreiben und haben hoffentlich einige Sachen gefixt. Es gibt viele Sachen, die wir hier überspringen müssen, weil wir ein bisschen in Zeitnot sind. Nicht alle Verwundbarkeiten sind die gleichen und wir benutzen jetzt hier CVSS, um darüber zu sprechen, wie kritisch solche Verwundbarkeiten sind. Aber das ist vielleicht nicht unbedingt vernünftig, wenn man so ein Industrienetzwerk hat. Man kann hier ein paar Sachen sehen. Wir überspringen das. Es gibt ein Angriffsmodell in einem White Paper, was wir später im Januar irgendwie hoffentlich veröffentlichen werden. Das ist die Hauptressource, die wir in dem SPPA T3000-Netzwerk finden. Wenn sich jemand remote mit diesem System verbindet, dann endet man am Application-Server. Wenn ich jetzt einige Werte ändern würde oder so, würde ich mit diesem Application-Server sprechen. Wenn es andere Server gibt, die sich mit dem Application-Server verbinden werden, dann fangen die damit an, dass die ihre Software vom Application-Server herunterladen und dann ausführen. Das heißt, das Erste, was wir feststellen, ist, dass da sehr viele Netzwerk-Ports offen sind auf dieser Maschine. Und das ist der erste Punkt, dass eine riesige Angriffsfläche, die, und das heißt, wenn wir einige Simi-Software und andere Software komprimitieren wollten oder so, dann haben wir hier richtig viel Angriffsfläche. Und das fängt auch damit schon an, dass alle diese Installationen von diesem SPPA-System unterschiedlich sind. Das heißt, es kommt auf die Version und die Generation an. Das heißt, man findet verschiedene Windows-Versionen von 2003 bis 2016. Und hoffentlich werden die alle jetzt gerade upgedatet, denn der Update-Prozess für diese Installationen ist sehr schwierig. Also man sollte dann darauf warten, bis sowieso ein Wartungs-Vorgang ist und das heißt, man sollte das alle halbe Jahr oder alle Jahr machen. Aber man findet immer so ein Fenster, wo man so ein Exploit noch ausnutzen kann und diese Vulnerabilities immer noch offen sind. Und es läuft tonnenweise zusätzliche Software da drauf, zum Beispiel altes ZigWin, schlecht konfiguriertes Tomcat. Und wir haben hier diese lustigen Portendiagramme, die zeigen, wie die verschiedene Konfiguration, die mit der Software mit den schlechten CIS-Werten ist. Und das sind Werte, die zeigen, wie schwierig oder wie angreifbar das ist. Dann haben wir da viel Java-Software und Radu wird euch darüber dann was erzählen nachher. Und große Überraschung, eines der größten Probleme oder eines der offensichtlichsten Probleme mit dem Siemens SPPA 3000 ist tatsächlich Passwörter. Es hat drei wichtige Passwörter. Das erste, was ist auf den Installationen vor 2014 oder 2015. Alte Passwörter für diese Kraftwerke, alle Passwörter für diese Kraftwerke waren dieselben. Und die volle Wörterliste wurde schon in verschiedenen White Papers publiziert. Und nach einer Weile hat Siemens einzigartige Passwörter für diese Kraftwerke generiert. Aber bis dieses Jahr war es sehr schwer, dieses Passwort zu ändern. Das heißt, man musste den Prozess wissen, man musste den Systemintegrator kontaktieren. Und ab diesem Dezember ist es deutlich einfacher, diese Passwörter zu ändern. Das heißt, früher war es so, dass man selbst, wenn man über diese Probleme Bescheid wusste, dann konnte man trotzdem oft nicht einfach das Passwort ändern. Mit den Passwörtern kann man auch die ganzen Diagramme und die Integrator-Dokumentation finden, die einem zeigt, wie dieses System aufgebaut ist, wie es arbeitet und so weiter. Das wurde nicht von Siemens publiziert, sondern von einigen Kraftwerksbetreibern, die dachten, es ist eine gute Idee, diese Informationen zu verbreiten. Also wie gesagt, die wichtigste Sache dieser Application Server ist ein Haufen Java-Software. Und bitte begrüßt jetzt Rado, der euch da mehr darüber erzählen wird. Hallo zusammen. Jetzt schauen wir uns mal die Software an, die auf dem Application Server läuft. Als erstes haben wir hier einen Thin-Client, der über HTTPS mit Browsern kommuniziert und mit dem Server. Das heißt, der kann außerhalb des Application Networks sein und da kann dann eine Firewall dazwischen sein. Es gibt auch die Technik des FAT-Client, der dann direkt mit der RMI-Registry kommuniziert, um Services zu finden und dann mit diesen Services zu sprechen direkt. Und deswegen sollte ein FAT-Client in das Application Network gehören. Der Aufbau, die Architektur dieses Systems wurde von SPPA zur Verfügung gestellt. Und hier haben wir die Items, die... Hier kommen Sachen vom Thin-Client und die werden dann weitergeleitet an die RMI-Services. SPPA kommt bezüglich besteht aus Containern und die haben jeweils einen oder mehr RMI-Services. Alle Arten von diesen Containern sind hier auf dieser Installation gezeigt und alle haben selbsterklärende Namen. Also bevor wir da weiter tiefer eintauchen, zeigen wir euch erst einige Werkzeuge. Das erste davon ist, alle Java-Files sind natürlich obfiscated, aber diese Sicherheitsmaßnahmen kann einfach umgangen werden mit öffentlich verfügbaren Werkzeugen. Elsa zum Beispiel, also manchmal ist es wichtig zu sehen, wie die Software miteinander kommuniziert. Und das hilft, die Architektur zu verstehen und auch die Workflows mit den Clients. Und bei SPPA wurde eine Software namens RMID-Sektor geschrieben und das macht diese Calls in menschenlesbare Format, wandelt die um. Und wenn wir jetzt hier ReadOgic von dem Java-Stick her ausführen, das ist unsicher. Ein Problem von SPPA ist, da haben wir da eine Config-File und die kann über diese Software... Dieser Ordner enthält einige Informationen über das System, zum Beispiel Konfigurationsdateien, Startoptionen, Konfigurationen von allen Containern, als Anwendungsarbeit oder im Anwendungsnetzwerk. Das gibt natürlich auch ein paar Informationen aus dem TomCard, die wir darüber erreichen können. Okay, über TomCard. Es gibt drei Web-Anwendungen. Man kann eine Remote-Diagnose machen, einen Manager machen und das dritte habe ich leider nicht verstanden. Man kann über HTTPS Zugriff erreichen auf einige Komponenten. In XML-Dateien gibt es eine Liste aller Anwendungen und die Liste ist sehr, sehr lang. Also einige dieser Netze haben attraktive Namen für Angreifer, zum Beispiel Browser-Serverlet. Es lässt Verzeichnisse auf vom Betriebssystem, aber es gibt noch andere Sachen, die vielleicht noch mehr interessant sind, zum Beispiel File-Upload-Serverlet, um Dateien hochzuladen. Man darf unautorisiert Dateien hochladen, die dann Systemrechte erhalten und man hat komplette Kontrolle über den Namen der Datei. Das kann natürlich extrem leicht in Remote-Code-Execution umgewandelt werden. Man kann einfach Skripte starten oder eine Bestell in die TomCard-Web-Applikation einschleusen und dann hast du Remote-Code-Execution mit Systemrechten. Es gibt außerdem einige Service-Serverlets, die Service-Factory im Namen stehen haben. Das leitet HTTP-Anfragen um auf Services in diesen Service-Factories. Man kann also zum Beispiel bestimmte Sachen suchen, die man interessant findet und später noch weiteren Code ausführen zu lassen. Und die Methoden kann man in seriellen Objekten definieren im Datenbereich. Und natürlich gibt es auch Parameter dafür, die man hier in diesem Objekt definieren kann. Jetzt haben wir hier eine Situation, wo schlanker und fetter Client Remote-Services erreichen können. Aber der FAT-Client kann sogar direkt mit der Registry kommunizieren. Wenn also ein Anwendungs-Server wichtige JavaScript-Updates verpasst hat, dann hat es vermutlich sehr große Verwundbarkeiten. Und wir können dann einfach diese Schwachstellen ausnutzen und Code-Execution mit Systemrechten erlangen wieder. Die nächste Aufgabe wird sein, alle RMA-Services auflisten zu lassen. Als ersten Schritt werden wir einfach die Registry an und bekommen eine große Liste von Services, von Diensten. Fast alle sind eine bestimmte Art. Ungefähr alle haben eine allgemeine Kontrollschnittstelle. Um weiter da genauer hinzuschauen, haben wir uns mal einen Lookup-Service angeschaut. Dieser Service sieht sehr aus wie eine Sammlung von anderen RMI-Services. Wir können die öffentliche Methode List benutzen, um alle verfügbaren Services aufzulisten. Und den Namen und Public Method Lookup können wir die Attribute bekommen. RMI-Services in diesem Schritt haben alle das Service Factory als Schnittstelle implementiert. Wir können also davon ausgehen, dass diese Sammlung eine weitere Sammlung von RMI-Services ist, aber es hat keine öffentliche Schnittstelle, um den Namen des Services zu bekommen. Wir werden also ein bisschen die Klasse dekombinieren und ein paar Factory Methoden finden, die RMI-Services erstellen, zum Beispiel über Skripte. Darin können wir dann vielleicht Create Services finden. Mit der öffentlichen Methode GetService in String als Name können wir dann die Referenz bekommen für den nächsten RMI-Service. Und im letzten Schritt kriegen wir die Referenz zu RMI-Services, die echte Jobs ausführen. Aber dieser RMI-Service hat natürlich wieder viele öffentliche Methoden für autorisierte Benutzer. Um es zusammenzufassen, in der Requestry können wir über jedes Level viele RMI-Services finden und die letzte enthält auch viele öffentliche Funktionen. Also die Angriffsoberfläche ist wirklich verdammt groß in diesem System. Wenn wir jetzt alle RMI-Services auflisten, die verfügbar sind, dann sind die nächsten Fragen. Gibt es da irgendwie Authentifizierung für Client-Requests, um zu sehen, wie Client-Anfragen an Service-Factories prozessiert werden? Und zwar mit einer Client-ID, mit einer Client-Identifizierung. Und wir benutzen diese PC-Service-Factory, die er versucht, eine valide Session zu erstellen mit dieser Client-Id im Session-Manager. Und wenn der Session-Manager abbricht oder seine Aufgabe nicht schafft, dann wird eine Exception geworfen. Und wenn es aber weitergeht, dann kommt eine valide Session-Id zurück an die PC-Service-Factory und die ist dann eine Instanz von Security-Service mit einer Factory-Methode. Und der Wert der Session-Id wird in einer Variablen namens Login-Id gespeichert innerhalb des Security-Service. Und am Schluss bekommt der Client die Referenz zu Security-Services. Das heißt, ab da kann er dann einige öffentliche Methoden davon aufrufen. Aber diese Methoden können die vorherigen Checks mit der User-Checks nochmal durchführen mit diesen IDs im Security-Manager. Das heißt, wir haben zwei Sicherheitsmaßnahmen in diesem System. Aber die Frage ist, wie kann ein Angreifer eine Operation durchführen, wenn er keine Client-Id hat? Und in diesem Fall ist es so, dass wir den Session-Manager eine anonyme Id geben. Und der Client-Id wird dann gleichzeitig benutzt und damit können wir dieses erste Schloss einfach umgehen. Das heißt, eigentlich haben wir nur eine Sicherheitsmaßnahme auf diesem System. Und die ist ganz an eine Methode von einem Service weiter überlassen. Aber wir wissen ja, diese Anzahl an RMI-Services riesengroß ist und die Anzahl der öffentlichen Methoden noch viel größer. Das heißt, es ist echt schwer geworden, die Sicherheitssysteme des Systems in Überblick zu behalten. Zumindest laut dieser Information. Also wir wissen jetzt, wir wissen alle Eingaben dieses Systems und wir wissen alle Sicherheitsmaßnahmen des Systems. Das heißt, jetzt ist es Zeit, Verwundbarkeiten zu finden. In der Liste der RMI-Services gibt es einen, der sieht ziemlich interessant aus. Der Admin-Service, den kann man als anonyme Session benutzen mit diesem vorigen Script. Und der hat eine öffentliche Methode-Run-Script und die checkt überhaupt nicht das Script ab. Das heißt, wir können die einfach ausführen, ohne vorher irgendwie uns einzuloggen. Und im ersten Schritt stellt der eine Instanz von Classloader. Und es ist so, dass dieser Schritt einfach irgendwelche arbiträren Java-Klassen lädt. Und diese Klasse sollte das Admin-Script ausführen und dann alle IP-Adressen finden. Und das wird dann von Run-Script ausgeführt in RMI-Services. Und dafür erstellen wir eine Java-Klasse, die einfach nur das ausführt, die Argumente, die wir ihm geben als Code. Und das wird mit Systemrechten ausgeführt. Natürlich können wir noch viel mehr machen, nachdem wir dann die Exploration fertig haben, als nur irgendwelchen Code ausführen. Damit können wir auch arbiträre Java-Klassen innerhalb laufender SPPA-Anwendungen einschleusen. Und damit können wir Java Reflection benutzen, um Variablen zu patchen des Systems und damit die Technologie-Eigenschaften zu beeinflussen von SPPA. Weiterhin ist es so, dass die vorigen Checks umgehen, werden können mit einer anderen Verrundbarkeit in Session Services. Dieser Service hat eine Methode namens GetLoginSessions und diese Methode gibt alle Session-Data zurück von allen eingeloggten Usern. Und diese Information beinhaltet Usernames, IP-Adressen und Client-ID. Das heißt, wenn diese Client-ID von einem User, der Admin-Privilegien hat, kann ein Angreifer diese Client-ID benutzen, um eine Referenz auf Security Service zu benutzen. Und diese Referenz wird mit einer privilegierten Session geliefert. Weiterhin können die Angreifer dann öffentliche Methoden von Security Service an aufrufen, nämlich GetAllUsers, und kriegen dann alle Privatinformationen über alle User des Systems. Und Passwort-Hashes sind da auch mit in diesen Privatinformationen enthalten. Also nur um es zusammenzufassen, wir haben zwei, also wir haben beide Verrundbarkeiten, die uns erlauben, über HTTPS Daten abzugreifen und durch die Firewall. Und beide Sicherheitsmaßnahmen können umgehen werden. Alle Kommunikation mit den RMI-Services ist verschlüsselt generell. Also Benutzernamen und Passwort-Hashes werden, also nicht verschlüsselt, das heißt, die Passwort-Hashes werden in Klartext übertragen und die Benutzernamen. Das ist sehr kritisch für den Fat-Client-Case, also die Fat-Client-Fall der dicke Client. Wenn jetzt Passwort-Hashes heißt, es gibt auch keine Session-Schutzmechanismen, das heißt, wenn ein Angreifer einen Man-in-the-Mittel-Angriff gegen einen Benutzer ausführen muss und dann damit Traffic abrufen kann, dann kann er einen validen Benutzernamen und Passwort-Hash von diesem System aufbauen und das einfach weiter benutzen und damit Operationen auf dem System durchzuführen. Und was er auch machen kann, ist, er kann das Passwort von diesem Benutzer ändern. Ich spreche viel über Benutzernamen und Passwort-Hashes, das heißt, es ist jetzt mal Zeit, dass wir herausfinden, wie das System diese beiden organisiert. Hi, ich würde dann mit der Diskussion über den Anwendungs-Server weitermachen. Man kann hier auf der Folie sehen, oder man konnte früher sehen, wie Remote-Execution funktioniert hat auf den vorherigen Folien. Jetzt, okay, ich wiederhole mich, man konnte hier sehen, wie wir Remote-Code-Execution-Ausführung von Code erreicht haben. Und jetzt kenne ich darüber, wie wir das lokal machen können. Nachdem das System gestartet wurde, fängt es an, zwei Dateien zu lesen, user1.xml und pdata1.exm und checkt dann die Passwortsituation. Die user1-Datei ist eine einfache XML-Datei, die pdata-Datei hat eine komplizierende Struktur. Also, okay, es gibt dann also diese spezielle XML-Datei. Die Felder der XML-Datei sind auf der Slide, die ihr sehen könnt. Die werden benutzt, um den Hash-Wert zu berechnen und das Passwort zu überprüfen während der Anwendung. Außer auf der unteren Seite konnte man sehen, den Passwort-Algorithmus im Pseudocode. Es ist ein typisches Schema-Unit-Machine. Es hat eine Nummer von Durchläufen, Quellen und Senken sind hinzugefügt worden. Es ist aber dasselbe für alle Benutzer. Okay, das Tool für Passwörter herauszubekommen ist und ihren Parameter herauszubekommen. Aus dem pdata1-File wurde entwickelt. Auf der Folie kannst du sehen, was herauskommt. Das Tool kann benutzt werden, um die Passwörter zu überprüfen, zum Beispiel mit Dictionary-Angriffen. Und das Tool könnt ihr auf dem Link dort unten finden. Okay, unter dem Strich haben wir den Applikations-Server analysiert. Wir haben gesehen, dass es eine riesengroße Angriffsoberfläche gibt. Und dass unter anderem dabei ganz viele verschiedene Komponenten gemeint sind. Dann haben wir herausgefunden, dass man von der Ferne Zugriff erreichen kann. Ob oder ob nicht SPP Remote Connection angeboten hat, das ist gar nicht so wichtig. Weil jemand anders kann vielleicht Konfiguration falsch gemacht haben. Du solltest auf jeden Fall darüber nachdenken, dass wir überprüfen. Und das letzte, was wir gemacht haben, ein Angreifer hat auch die Möglichkeit, den Stromerzeugungsprozess zu beeinflussen. Zum Beispiel den Start und Stop oder den Ausput, die Produktion zu verändern. Und natürlich kann man Informationen abgreifen vom Anwendungsserver aus. Okay, wir sind jetzt immer noch bei dem, das war es mit dem Anwendungsserver, jetzt haben wir den Automationsserver. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Das Hauptziel des Automationsservers ist natürlich in Echtzeit Automationsfunktionen und Aufgaben auszuführen. Abhängig von der Projektarchitektur des Kraftwerkes und deren Eigenschaften. Das kann natürlich ein bisschen unterschiedlich sein, aber wir haben drei verschiedene Rollen entdeckt. Die Automationsrolle, da gibt es einen kleinen Konflikt, weil dieser Begriff auch schon für den Server benutzt wurde. Aber bei der Automationsserverkonfiguration und bei öffentlichen Informationen, die wir finden konnten, haben wir gefunden, dass diese Rolle quasi dieselbe Hardware und Software benutzt. Und wir haben gesagt, wir werden einfach diesen Begriff verwenden, diese Klassifikation benutzen. Das wird vielleicht weniger uns verwirren. Zur selben Zeit ist es natürlich ein bisschen anders als die Klassifikation der Hersteller. Aber es gibt halt so diese Automationsrolle. Das bedeutet, dass der Server dafür verantwortlich ist, was er mit Input- und Output-Modulen macht, die dein Kraftwerkequipment steuern, zum Beispiel elektrische Steuerung. Die zweite Rolle ist die Kommunikation. Diese Rolle wird benutzt, um Verbindungen herzustellen zu Drittpartei-Software-Sachen, zum Beispiel Protokollkonventer, Konvertierer, den Modbus zum Beispiel oder EC 101, 104 und so weiter. Und die letzte Rolle ist die Migrationsrolle. Diese Rolle wird benutzt, um ehemalige SPPA-Versionen zu verbinden und andere Legacy-Systeme, sowas wie zum Beispiel SPA-T2000 oder andere. Die Automationrolle kann man auf Sematic S7 PLC laufen lassen oder einem industriellen PC. Die anderen lassen uns über die Rollen einzeln mehr reden. Wir fangen damit an, lassen wir mit der Automationsrolle auf dem PLC an. Man kann damit direkt Turbinen zum Beispiel steuern und Zugriff darauf haben. Und die repräsentieren üblicherweise die niedrigste Stufe verschiedener Referenzmodelle, zum Beispiel ein bestimmtes Modell, Updates, Rechte, die nötig sind, um einen Prozess zu starten oder zu stoppen. Die Geräte haben also immer Misskonfigurationen, Security-Updates und unsichere industrielle Protokolle. In dem Fall zum Beispiel gibt es S7-Protokolle. Es gibt Informationen über diese Protokolle im Internet, aber nicht so viel über das PLC-Data-Protokoll. Das heißt, wir mussten das selbst analysieren und das ist ein spezielles Protokoll für SPPA und es wird für den PLC benutzt und für die Datenaustausch in Echtzeit wird dieses Protokoll benutzt. Und das ist ein ziemlich einfaches Protokoll. Vielleicht ist die Beschreibung irgendwo im Internet verfügbar, aber wir haben es nicht gefunden, also hier ist die Struktur, damit jetzt erstes im Internet ist. Es gibt eigentlich keine Sicherheitsmechanismen in diesem Protokoll. Es gibt nur das einzige Internet, während der Man-in-the-Middle-Arts-Angriff, um die Daten zu spufen, war eigentlich nur die Sequenznummer, die wir einfach von einem Paket klauen können. Um das Protokoll zu analysieren, haben wir einen Dissector geprogrammiert, der auf dem Link unten verfügbar ist. Als wir das analysiert haben, war eine der wichtigsten Sachen, die wir checken, unautorisierter Zugriff auf die Speicher von dem PLC, und zwar lesend und schreiben. Und der Zugriff ist von der Position des Mod-Selectors des PLC abhängig und einem anderen Konfigurationsparameter. Und als wir vorher schon geforscht hatten, oder als unser Kollege Daniel Padashev schon geforscht hat, da hatten wir schon den Zugriff darauf bekommen. Die haben gezeigt, dass diese sicheren Zustände und Konfigurationen der PLCs bearbeitbar können. Das heißt, das Tool, um diese Sachen zu verändern, wurde von Daniel entwickelt und ist auch in unserem Repository verfügbar. Sprechen wir jetzt mal kurz über die Application. Basierend auf dem PIP, das ist einfach nur eine Linux-Box. Am Anfang versucht es, einige weitere Dateien vom Application-Server herunterzuladen. Und diese Dateien sind JAR-Dateien, Bash-Scripts, Konfigurationsprotokolle und so weiter. Und um die auszuführen, die JAR-Files, benutzt ein PTC-Perg-Virtual-Maschine als Java-Virtual-Maschine. Und das wird in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel auch Internet of Things, benutzt. Das enthält einen Ahead-of-Time-Kompilierungsmechanismus und Byte-Code-Transformation. Und deswegen können wir da nicht normal dekompilieren, wie wir anders mit anderen Java-Skripten machen wollen. Aber wir haben ein PHP-Skript entwickelt, um diese Transformation durchzuführen. Und danach können wir dann den Code dekompilieren. Die JARs werden ausgeführt und die RMI-Services werden ausgeführt und auch die RMI-Extension wird ausgeführt. Also die Orion-RPC-Services, die klassischen Java-RMI-Services werden benutzt. Und auf dieser Slide sehen wir die Liste der verfügbaren Services. Sicherheitslücken hier basiert auf dem Industrial PC-PAP-System. Also zum ersten Mal können wir die heruntergeladenen Dateien ersetzen oder fälschen, weil da ist keine Sicherheitsmechanismus dabei. Zweitens sind da Standard-Logins drin, mit denen kannst du sehr einfach über SSH Zugriff erhalten auf diesem Server. Mit Benutzer-CM-Admin und Passwort-CM. Weiterhin sind es Verwundbarkeiten in RMI-RPC-Services. Das erlaubt uns, verwendbare Daten herunterzuladen und auch Code auszuführen. Und weiterhin haben wir verschiedene Verwundbarkeiten in der Software gefunden. in SPPA 2000 und später mit einigen Problemen in diesen Servern und mit einem alten TXP. Und das ist echt ein Problem. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Orion-RPC-Verwundbarkeiten, wissen wollt, das sind zum einen die Vulnerable Services. Also der Server hier ist verwundbar. Da benutzen wir hier die Request-Runtime-Container-Methode. Und dort wird das nämlich ausgeführt, was wir da als Argument angeben. Damit können wir Dateien vom ganzen System auslesen mit ihrem write-config. Und mit der write-config-File können wir auch Sachen auf den Server schreiben. Und das könnte auch eine JAR-Datei sein, die wir dann normalerweise von der Kommandozeile ausführen. Und wir können natürlich auch SPPA-Funktionen ausführen und damit diese JAR-Datei später ausführen. Und das ist also, was wir über den Automation-Server gelernt haben. Der kann also auf PLC oder Industrial PC basieren können. Wenn es PLC ist, dann ist es der ganz normale PLC mit keinen Sicherheitsproblemen. Aber wenn es ein Industrial PC ist, dann ist es einfach nur eine Linux-Box, Linux-Kiste, die irgendwelche weiteren Daten von dem Application-Server herunterladen wird und die dann ausführen. Mit der PERC Virtual Machine. Jetzt haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, über die ganze Netzwerksausrüstung in diesem System. Und als wir geforscht haben, haben wir viele verschiedene Netzwerkgeräte gefunden und viele verschiedene Netarten von Netzwerkinfrastruktur, wie zum Beispiel Switches, Firewalls oder auch seltenere Geräte, wie zum Beispiel, habe ich nicht verstanden. Wir haben jetzt mehr eine Karte von verschiedenen Netzwerktopologien, die oft in SPPA benutzt werden und wir haben den normalen Ort von diesen Devices getan, aber die können auch woanders gefunden werden. Die Netzwerkgeräte in den industriellen Netzwerken haben normalerweise viele Sicherheitslücken. Die meisten brauchen keine Konfiguration, bevor sie starten und können einfach so direkt out of the box benutzt werden. Und das heißt, dass die SNMP-Community-Strings ratbar sind, die Firmware hat möglicherweise öffentlich verfügbare Exploits und generell haben die nicht besonders viel Sicherheitskonfiguration und all diese Sachen sind üblich für Netzwerkgeräte und das ergibt halt die üblichen Sicherheitslücken von diesen industriellen Einsätzen. Ich glaube, das ist alles. Und jetzt gibt es noch die Zusammenfassung. Okay, also das Thema Power-Kraftwerke ist echt groß. Das System ist riesengroß. Wir haben das versucht, hier und da mal ein bisschen was zu behandeln. Alles ist irgendwie auf dieser Folie zu sehen. Es zeigt einen Haufen Schwachstellen, Probleme in Java, in Web-Anwendungen, in anderen einfachen Mechanismen, die man benutzen kann, um noch nicht mal in die PLCs rein zu müssen oder in das Feldlevel zu müssen, aber man kann schon den Prozess beeinflussen. Was wir nicht behandelt haben, ist, wie ein Desaster erstellt werden könnte, wenn man ein Code ausführt. Das ist nämlich, also das ist nicht so schlimm, ich habe natürlich Sachen gehört wie Stromausfall in der ganzen Stadt oder so. Das ist nicht, was du hier mitmachen kannst. Die Verteilung von Energie im Stromnetz ist nicht das Problem der Power-Generatoren. Da gibt es natürlich Regulatoren, die die Elektrizität zu den Kunden verteilen. Also worüber wir hier wirklich reden, ist nicht, wie wir die Turbine selbst beeinflussen können. Wir haben aber keinen Zugang zu einer richtigen Turbine gehabt. Also sie sind sehr groß und teuer und niemand wollte uns Zugang zu seinen geben, damit wir sie zerstören können. Es ist also sowas wie eine gebildete Vermutung. Diese Turbine ist ein riesengroßes mechanisches Monster, was sich selber zersetzt bei der Arbeit. Und wenn man das in unterschiedliche Modi setzt, dann machen wir es im Zweifel schneller kaputt oder nutzen es ab. Also du hast da in der Regel keine Ersatz-Turbine. Also man kann schon einen Einfluss haben, aber es ist nicht ein riesengroßer Einfluss. Was wir versucht haben zu machen mit unserer Forschung ist, wir wollten verstehen, wie wir den Kraftwerkbetreibern, die es gibt, helfen können, Fehler zu finden, die zu analysieren, die Infrastruktur zu analysieren. Und all diese Installationen sind ziemlich ähnlich und wir können ein einfaches Mach-es-Selbst-Test-Assessment schreiben. Und vielleicht gibt es ja Ingenieure an den Kraftwerken, die das dann selber testen können. Ein Satz von Schritten auf zwei oder drei Seiten. Du kannst zum Applikationsnetzwerk laufen, verbinden, den Test laufen lassen, auf dem Automationsserver verbinden und den Test laufen lassen. Und dann kannst du die Sachen selber machen und dann musst du nicht teure Consultants mieten, die das machen, sondern du solltest in der Lage sein, das selber für dich als Kraftwerkbetreiber umzusetzen. Aber natürlich, um die Situation zusammenzufassen, rund um DCS ist, wenn man andere industrielle Lösungen gesehen hat, Skadas, irgendwie alles, was man so sehen kann, dann wird man viele Sachen sehen, die ähnlich sind, dieselben Schmerzpunkte und vielleicht bei anderen Lösungen. Aber es gibt ein gutes Dokument von ARC 62443, wie sie mit den Systemindikatoren und Herstellern reden sollten, welche Security-Mechanismen sie brauchen und wie sie sie umsetzen sollen für Kraftwerkbetreiber. Wir können nur allen Kraftwerkbetreibern empfehlen, diesen Standard zu lesen und diese Security von ihren Herstellern einzufordern, weil der Hersteller im Zweifel mittlerweile schon mehr um Sicherheit bedacht ist. Also wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann ist das das Dokument, was beschreibt, wer mit wem über was wie reden sollte. Und natürlich kannst du diese Slides und das Wildpaper lesen, das kommt im Januar raus. Ruf Siemens an, mach deine Systeme aktuell, ändere dein Passwort. Das sind einfache Schritte, um deine Angriffsoberfläche zu verkleinern. Und eine andere Sache ist, modern Windows-Boxes ist es also einfach, damit Monitoring aufzusetzen und du solltest mit deinem Sicherheitszentrum reden und dann sollten die Logs angucken können. Die meisten Sachen kommen von Java-Applikationen und man wird es nicht möglich sein, das mit Logs komplett zu bekommen, aber man könnte vielleicht ein paar Erkundungsmechanismen im Netzwerk haben. Und nochmal, um zusammenzufassen, das ist kein Problem von einem DCS von Siemens, das ist überall in anderen Herstellern genauso, auch Hersteller, die wir jetzt hier nicht genannt haben. Wir werden ein paar Sachen veröffentlichen, heute und morgen und im Januar. Im Wesentlichen das große Whitepaper über alles, was wir herausgefunden haben, mit Wortlisten, mit Selbermach-Sicherheits-Guideline, welche Tools und Werkzeuge wir benutzt haben für unsere Forschung oder wenn du selber die Protokolle angucken möchtest. Wir haben sehr mit Siemens zusammengearbeitet, wir wollen da Danke sagen. Die haben einen großartigen Job gemacht mit der Kommunikation mit uns und dem Team, was deren Produkte entwickelt, die großen Sachen von den Antworten der Hersteller ist, wenn du ein Kraftwerkbetreiber bist, dann bist du echt genötigt, jetzt schnell eine neue Version A zu aktualisieren. Siemens versucht, die Leute zu bilden und Bewusstsein dafür zu schaffen bei unseren Kunden, dass sie die Passwörter ändern sollten, dass es kritische Verwundbarkeiten gibt und dass man da aktiv werden muss und nicht alle Probleme sind von Siemens selbst behandelbar, aber der Betreiber des Kraftwerks muss da manche Sachen selber in die Hand nehmen. Okay, das ist es. Vielen lieben Dank, dass wir hier sein durften. Wenn ihr Fragen habt, dann ist jetzt eure Gelegenheit hier. Wir haben noch drei Minuten für Fragen. Wenn du Fragen habt, dann bitte an die Mikrofone. Wenn ihr Hörhilfe benutzt, es gibt hier am Mikro 3 eine Interaktionsschleife. Okay, da gibt es eine Frage aus dem Internet vom Signal Angel. Okay, wir haben eine Frage. Könntest du manche dieser Sicherheitslücken aus dem weltweiten Internet ausführen ohne... Okay, sorry. Die Schwachstellen, die ihr gefunden habt, könntet ihr ein Kraftwerk kontrollieren aus dem öffentlichen Internet heraus ohne weitere mannende Mittelangriffe? Nein, das ist eine Sache der guten Nachrichten. Diese Systeme sind immer nur von einem Systemindikator betrieben. Die sind also mehr oder weniger vom externen Netz geschützt. Also natürlich gibt es irgendwie Schnittstellen, aber das ist nicht so einfach. Wir reden hier dann über nicht das Internet, sondern über Netzwerke der Firmen. Nächste Frage von Mikro 3. Ja, hallo. Ich habe auch ein Kraftwerk auf meinem Planet und es ist vielleicht schlecht für die Atmosphäre. Meine Frage ist, könnten wir zurückgehen, wo der rote Knopf ist und das Kraftwerk ausschalten könnte? Und ich frage nur für einen Freund. Wenn ich gehört habe, dass du dieses Material in dieser Art und Weise benutzen kannst, dann wenn du Operatoren und Betreiber von Kraftwerken kennst, dann kannst du ja zu diesen gehen und das fragen. Gibt es noch weitere Fragen? Okay, das war es dann. Vielen Dank für den Vortrag und helft uns, die Speaker mit einem herzlichen Applaus zu verabschieden. Vielen Dank. Vielen Dank.